Kurbelte das Fenster runter. Ich brauchte frische Luft. Was zur Hölle war das? Ich klammerte mich an mein Lenkrad. Ich versuchte wieder runterzukommen, jetzt nicht auszurasten. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Werde ich jetzt verrückt? fragte ich mich. Dann dachte ich an Kylo, an meine Familie, auch an Anna. Ich hatte Tränen in den Augen. Was passiert nur mit mir? fragte ich mich. Die letzten Monate waren einfach zu viel gewesen. Es war zu viel, was auf meinen Schultern lastete. Besonders die Sache mit der Verantwortung. Es hatte mich so wahnsinnig viel Kraft gekostet, die Verantwortung für mich zu übernehmen und für die Menschen, die mir wichtig sind. Und jetzt sollte ich noch die Verantwortung für alle meine Zuschauer auf mich nehmen? Ich dachte nach. Es war, als würde mein ganzes Leben noch einmal an mir vorbeiziehen. Und dann begriff ich plötzlich, wie alles zusammenhing. Der Tag, an dem ich als Marcel Eris lernte, Verantwortung zu übernehmen, war der Tag, an dem sich zum ersten Mal neue Perspektiven eröffneten. Wenn ich jetzt auch wieder anfange, die Verantwortung für meine neue Rolle als Montana Black zu übernehmen, vielleicht eröffnen sich mir dann auch wieder neue Perspektiven. Ich nahm mir vor, es zumindest zu versuchen. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Und ich hatte schon ganz andere Dinge geschafft. Mein Handy klingelte. Ja? Jo, du Penner, bist du eingeschlafen oder was? Hey, René, du Arsch! Ich atmete tief aus und kurbelte die Scheibe wieder hoch. Dann beschleunigte ich den Wagen. Die Lichter der Autobahn zogen an mir vorbei. Ich fokussierte meinen Blick auf die Straße vor mir. Am Horizont erkannte ich die Ausfahrt. Ich bin gleich da, Digga! So, ihr seid angekommen am Ende des Hörbuches. Jetzt gibt es nochmal die zarte Stimme von Monte zu hören. Ich würde euch jetzt gerne irgendeine Lebensweisheit mitgeben oder euch sagen, das und das könnt ihr besser machen. Aber ich denke, das Buch bzw. das Hörspiel an für sich hat schon die meisten Fragen, die ihr habt, beantwortet. Es ist sehr emotional, das, was ich dort wiedergegeben habe, das, was ich dort gesagt habe. Und es ist ein Sehensstriptease, keine Frage. Und ich möchte auch nochmal an der Stelle ganz klar auch sagen, mein Schicksal war bestimmt nicht das Beste und war auch kein schönes Schicksal. Schicksal. Was heißt das? Schicksal ist immer so ein Wort. Ich mag es eigentlich nicht. Das, was ich dort gemacht habe, ist bestimmt etwas, was nicht schön war. Aber wir müssen ehrlicherweise sagen, es gibt noch viel, viel schlimmere Fälle da draußen. Aber ich denke trotzdem, dass die Lebensgeschichte, die ich erlebt habe, eine sehr interessante Lebensgeschichte ist. Und hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt oder vor, sagen wir mal vor zehn Jahren, wo ich noch im Drogensumpf drinne war und irgendwie mit Oma und Opa kein gutes Verhältnis hatte, weil ich sie beklaut habe, hätte mir da jemand gesagt, in zehn Jahren wirst du ein Buch darüber schreiben, womit du den Leuten helfen kannst. Und du musst dann ein Outro einsprechen, wo du den Leuten nochmal ein paar Sachen sagst, dann hätte ich denen wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Es ist schon lustig, wie das Schicksal manchmal mit einem spielt. Ich kann euch nur eins sagen, ich bin sehr dankbar darüber in der Situation, in der ich jetzt gerade bin. Ich bin super stolz darauf, dass ich euch gerade da draußen erreiche, nämlich die Leute, die sich mein Buch gekauft haben, beziehungsweise das Hörspiel sich anhören. Und auch wenn man es jetzt in der Situation so hinnimmt und sagt, ja, ja, cool, cool, ist es am Ende des Tages, wenn man mal wirklich, also wenn ich dann wirklich darüber nachdenke, einfach verrückt. Wie viele Leute ich da draußen erreiche, wie vielen Leuten ich in der Vergangenheit geholfen habe und vielleicht auch mit diesem Buch helfen kann oder geholfen habe. Und als Abschluss würde ich einfach sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wie ich auch immer so schön sage, noch so einen Untergang, gibt es auch so einen Aufgang. Also egal in welcher Lebenslage ihr seid, das Leben geht weiter und die Erde wird sich weiter drehen. Egal, ob man gerade scheiße drauf ist, egal, ob es einem gerade schlecht geht, egal, ob man in tiefer Trauer ist, whatever. Die Erde dreht sich immer weiter, daran wird sich nichts ändern. Die Frage ist, was macht man draus? So ein Ding ist das. Also, in dem Sinne würde ich sagen, Kuss geht an euch raus, lasst euch gut gehen und vergesst nicht, mir ein Feedback da zu lassen. Das ist wichtig, egal wo, bei Amazon, bei Instagram, egal.